Hallo Leute, ich bin der Rico. Ich bin jetzt Praktikant bei Planet Radio. Und das macht mir auch einen schönen Spaß. Auch wenn's auf der Arbeit mal ein bisschen später wird. Das versteht dann nur meine Freundin Rosi nicht so richtig. Immer wenn ich zu Planet fahr, fühl ich mich so wunderbar. Denn ich hör so gern Musik, die ich nur bei Planet krieg. Nur die Rosi, meine Olle, die ist immer von der Rolle. Komm ich mal später nach Haus, rastet so gleich total aus. Und deshalb... Please tell Rosi, soll nicht am Rad drehen und mir auf'n Sack gehen. Sonst penn ich bei mein Bestfriend. Please tell Rosi, soll nicht am Rad drehen, mir auf'n Sack gehen. Sonst penn ich bei mein Bestfriend. Planet!